das war nicht der hase er ist es ist ich habe es im gefühl so zeit haben genug oder ja perfekt perfekt also zwei stunden habe ich nicht gebraucht ich habe halbe stunde jetzt gebraucht wie sieht es aus heute abend noch mal zusammen abgrund dann schon abgrund dann schon rechts machen so ab 19 uhr also ich hätte auf jeden fall heute alle nachziehen die ich nachziehen kann herzlich willkommen zu einem neuen video wir sind auf der halbmond insel haben gerade ungefähr eine halbe stunde hasen auf dieser insel gefahren und diese werden gebraucht um hier bei diesem mpc herz der halbmond insel einzutauschen also braucht 60 token dieses kommen also diese token bekommt ihr bei hasen die nicht immer zu 100 prozent droppen also da braucht ihr ein bisschen bisschen lack auch aber sobald ihr diese 60 stück gefunden habt könnt ihr herz der halbmond insel erledigen das war's für diese folge danke fürs zuschauen danke fürs mitmachen wir sehen uns morgen im nächsten stream oder in der nächsten folge auf youtube haut rein bis heute abend heute abend heute abend ist ein stream ciao